Was war das für ein Auftakt bei der Tour de France mit unserem Team Kofidis und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Slaven Stream Sport. Wir spielen die Singleplayer-Karriere im PCM24 und jetzt geht es los mit der zweiten Etappe der Tour de France. Und wir sehen schon, das wird wieder eine wellige Angelegenheit. Es geht nach Bologna, also wir sind immer noch in Italien unterwegs. Und das ist eigentlich wieder so ein Ding für Axel Zingl. Viel werden wir da nicht machen. Wie gesagt, wir haben die Mission Bergtrikot schon abgeschlossen. Ich bin fest davon überzeugt, dass es hier keine Gruppe gibt, die durchkommt. Und dafür ist das Interesse zu groß, vor allem auch von Wout van Aert natürlich das Gelbe zu verteidigen. Wir werden hier bei der Sprintwertung versuchen, Punkte zu holen und am Ende dann natürlich um den Tagessieg mit zu sprinten. Wir sind bereits mittendrin im Finale, 28 Kilometer noch. Unsere Helfer werden so langsam abgehängt. Renard hier hinten, der wird nicht mehr lange können. Frettin kämpft ein bisschen, der muss eigentlich noch durchhalten. Denn der soll den Sprint eigentlich anziehen, wenn er denn den Hügel am Ende übersteht. Den müssen wir jetzt noch einmal in Angriff nehmen. Es sind noch 151 Leute. Vier Fahrer waren vorne weg. Unter anderem wieder Walscheid und Gregoire. Hier sehen wir die Punktewertung. Wir sind dann aus dem Feld heraus auf Platz 5 gesprintet. Frettin hat auf Platz 6 noch abgesichert. Und so richtig beteiligt von den gegnerischen Sprintern hat sich eigentlich nur Giermei. Das sehen wir. Wir sehen sonst keinen anderen Sprinter. Johnny Meos noch auf Platz 11. Also das sieht eigentlich jetzt erstmal ganz gut aus. Da können wir schon echt ordentlich Punkte sammeln. Aber wichtig ist natürlich, dass man am Ende vorne ist. Denn die dicken Punkte gibt es wie gesagt natürlich im Ziel. So, jetzt müssen wir hier mal gucken. Single haben wir hier. Wir machen keinen Zug hier den Hügel hoch. Das kostet zu viel Energie. Wir werden mit der Punkteeinstellung hochfahren. Und sobald wir oben die Kuppe erreicht haben, dann bauen wir unseren Zug und brettern Vollgas runter. Und die Kuppe, die nächste, das sind ja so zwei Höcker. Den zweiten Höcker nehmen wir auch Vollgas mit. Dann können wir uns in der Abfahrt nämlich wieder erholen. Und dann hoffe ich, dass wir den ein oder anderen Sprinter losgeworden sind. Das ist der Plan. Schauen wir mal, ob es aufgeht. Hier sehen wir von einer Art schon gut positioniert. Im gelben Trikot natürlich. Der hat sich auch nicht beteiligt beim Zwischensprint. Aber der ist natürlich jetzt wieder der Favorit hier auf dem Etappensieg. Das ist ja ganz, ganz klar. So, gleich geht es rein. Ich stelle schon mal auf Punkteeinstellung. Und ich werde auch definitiv die Helfer hier schon... Moment, kurz Pause. Die Helfer mal verpflegen. Renan soll eigentlich sich um Oldani kümmern. Aber gut, der wird jetzt natürlich nicht mehr nach vorne kommen. Und wir verpflegen auch schon die Captains. Das haben wir vielleicht jetzt sogar ein paar Sekunden zu spät gemacht. Weil hier geht es ja jetzt schon rein. Da fahren wir jetzt erstmal mit 85 rein. Und wenn wir merken, dass das nicht reicht, um ganz weit vorne zu landen, dann schalten wir nochmal hoch. Weil wir wollen, wie gesagt, über die Kuppe dann beschleunigen. 1,3 Kilometer. 1,2. Hier unten zähle ich gerade runter. 1,1 gleich. Jetzt. Das sieht eigentlich gut aus. Wir können uns da gut halten. Wo ist Single? Der ist auch sehr gut positioniert. Kurz mal abchecken, wer am weitesten hinten ist. Frettin. Das macht aber nichts. Der soll auch... Ja, der soll natürlich den Sprint anziehen am Ende. Aber der muss vor allem aufpassen, dass er hier nicht so viel Balken verliert. Jetzt wird er dann doch ein bisschen durchgereicht. Weil hier vorne natürlich auch richtig Gas geben mit Martin. Da würde ich jetzt mal ein bisschen runterschrauben. Jetzt gibt es eine Attacke von Roglic. Gut, dann können wir doch nicht runterschrauben. Boquelin, Ciccone, Van Aert. Ja, ja, das sind schon die Top-Leute, die jetzt hier mitmischen. So, und jetzt wird der besagte Zug gebaut. Frettin. Ja, der tut sich schwer. Der wird jetzt ein bisschen Balken natürlich verlieren. Ich würde sagen, dass wir den jetzt sicherheitshalber erstmal hinter Single einordnen. Nicht, dass Single so lang wartet. Wir machen jetzt mal sicherheitshalber diesen Zug. Herrad ist auch weit hinten. Der hängt sich jetzt mal an Frettin dran. Ein Champion an Herrad. Aber die werden wahrscheinlich gar nicht mehr mitkommen. Jetzt schauen wir mal, wie es läuft. Single ist auf jeden Fall vorne. Auch Uldani wäre ein passabler Anfahrer. Wichtig ist, dass wir jetzt erstmal die Attacke von Roglic und Co. hier neutralisieren. Ich möchte aber nicht ganz so schnell fahren. Ich nehme jetzt hier mal ein bisschen raus. Weil ich glaube, dass Frettin natürlich... Ja, ja, der hat natürlich große Probleme. Frettin ist jetzt quasi genau derjenige, den wir eigentlich loswerden wollen, sozusagen. Sprinter, die ein bisschen weit hinten waren oben an der Kuppe. Bloß hat es jetzt hier halt unseren eigenen Mann erwischt. Die Frage ist, warten wir auf den? Ne, auf den können wir nicht warten. Das ist ein zu krasser Abstand. Das ist ein zu krasser Abstand. Es ruggelt gerade ein bisschen, habe ich das Gefühl. Ja, ich werde mal das Ding dann gleich noch neu starten. Aber die Etappe schaffen wir noch. Sieben Kilometer noch. Unser Zug sieht gut aus. Wir fahren jetzt mit Oldani für Single an. Frettin ist zu weit hinten. Ja, das macht keinen Sinn. 116 Leute haben es geschafft. Aber von den 116 sind vielleicht bloß noch, würde ich mal sagen, 20, 30 höchstens in der Lage, dieses Ding hier zu gewinnen. Kommt auf jeden Fall keine Schwierigkeit mehr. Es geht sogar leicht bergab. Elison verausgabt sich jetzt hier. Martin, ja, der soll natürlich wieder nicht so lange fahren. Aber wir haben ja gelernt beim letzten Mal, da hätte er ein bisschen länger fahren müssen. Frettin, wo ist der mittlerweile? Oh, der kommt jetzt da drüben. Soll man da jetzt nochmal warten? Ne, wir können nicht warten. Warten ist, du kannst eben bei der Sprintvorbereitung nicht warten. Aber Frettin ist jetzt da. Das ist ja unfassbar. Kann der Frettin jetzt hier nochmal richtig anziehen? Ja, wahrscheinlich schon. Ey, das ist ja brutal, wie der jetzt noch nach vorne gekommen ist. Das heißt, wir switchen jetzt um. Oldani kann jetzt schon ganz vorne fahren. Dann kommt Frettin. Dann kommt Single. Martin hängt sich an Single dran. Elisande an Martin. Und die anderen können schön Feierabend machen. Das müsste eigentlich jetzt gut gehen. Jetzt ist die Frage, ob Frettin und Single hier problemlos tauschen können. Ja, das sieht gut aus, oder? Martin steht auch nicht im Weg. Nein, das war perfekt. Schau dir das an. Von Art lauert natürlich. Williams ist kein Problem. Wen haben wir noch als Problem hier? Van der Pol sehe ich auch nicht als Problem. Ich sehe hier, oh ja, Giermei natürlich. Okay. Manier, naja, nicht so ganz. Giermei und von Art. Okay, 2,8 Kilometer noch. Ich würde sagen, wir beschleunigen noch nicht mit diesem Sprint-Button. Jetzt, ja, dann sind wir wieder zu früh. Ne, lass uns mal noch warten. Wir warten jetzt mal ein bisschen länger als letztes Mal. 1,7. Jetzt muss Frettin vorbei. Sprinten. So, nochmal Pause. Oh Gott, ich wüsste schon wieder. Also, Gelb werden wir nicht erobern können. Aber ein Tagessieg bei der Tour de France wäre schon sowas von geil. So, Frettin. Zieht richtig schön an. Vorne sehen wir von Art. Giermei auch brutal schnell. Jetzt kommt Single. Jetzt kommt Single, aber er hat keine Chance. Er hat keine Chance. Wir sind eigentlich... Wir hatten ein gutes Timing. Rot ist fast leer. Am Ende werden wir Sechster. Und das ist okay. Von Art, Giermei, Van der Pol. Gut, Williams und Pitcock muss man eigentlich schlagen im Sprint. Aber ich glaube, wir haben es nicht so schlecht gemacht. Platz 6 also für Axel Zingl. Auf der dritten Etappe haben sich jetzt zum ersten Mal die Sprinter bei der Zwischensprint-Wertung beteiligt. Wir sehen es, fünf Fahrer waren oder sind immer noch in der Ausreißergruppe. Platz 6 war also der Platz, der ausgefahren wurde. Waren es geholfen, hat vor Giermei und Milan gewonnen. Wir sind mit Single 15er geworden, obwohl wir wieder echt versucht haben, das Ding anzufahren. Wir sehen auch jetzt auf der rechten Seite einen richtig krassen Sprintzug für Giermei. Klar, das ist die erste richtige flache Etappe. Die erste Etappe, wo die Sprinter alle noch fit sind, wenn es in die letzten 20 Kilometer geht. Und vor allem, wo auch alle noch ihre Anfahrer mit dabei haben. Also das wird jetzt schwer für uns da. Also Platz 6 und Platz 7 haben wir ja bis jetzt eingefahren mit Zingl. Ich glaube, das wird jetzt sehr, sehr schwer. Giermei hier wäre sicherlich ein gutes Hinterrad. Ich würde sagen, da schicken wir jetzt Zingl auch direkt hin. Frettin würde ich auch ein Hinterrad geben. Vielleicht Bauhaus oder natürlich gut wäre, ja hier ist Bauhaus. Vielleicht wäre auch Van Aertgut oder Milan. Gröneregen sehen wir hier. Pedersen, okay Pedersen zieht an für Milan, der italienische Meister. Versuchen wir uns mal da dran zu hängen. Und ansonsten brauchen wir eigentlich niemanden mehr irgendwo dran zu hängen. Oldani oder Renard könnten wir noch irgendwo dran hängen. Aber viel Sinn macht das nicht mehr. Ich würde sagen, wir hängen mal einfach Oldani und Pogacar dran. Und Renard an Bauhaus. So, aber Konzentration natürlich auf Zingl. 11 Kilometer noch, die Ausweiser sind jetzt gestellt. Wie gesagt, ich denke nicht, dass es viel Sinn ergibt. Seht ihr übrigens, Zingl hat das grüne Trikot. Wir tragen das natürlich aktuell stellvertretend für Wout van Aert. Der ja das gelbe Trikot hat. Ich sehe den hier vorne, da ist Wout van Aert. Uuuuh. Ich switch nochmal. Zingl soll sich lieber das Hinterrad von van Aert holen. Das sieht fast so aus, als hätte der hier schön Platz. Jetzt hat Gamer hier auch Platz. Haben die anderen jetzt auch geswitcht? Ich hoffe nicht. Dann nehmen wir doch Frettin und schicken den. Na, Gamer ist aber sehr weit hinten. Das gefällt mir hier besser rechts. Guck mal. Richtig schön. Zingl ist mit dabei. Pass auf, wir hängen jetzt. Ne, Zingl an van Aert. Ja, das haben wir richtig gemacht. Und Renard, wo ist hier, wo ist Frettin jetzt? Der ist da drüben. Ne, Frettin jetzt, ähm, waren die für Tyson oder für Giermeier? Man weiß es nicht. Die von Verwandt geholt. Dann hängen wir uns mal da dran. Das sieht so aus, als wäre der Platz. Ja, da ist Platz. Zingl super dabei. Frettin super dabei. Sogar Renard ist mit dabei. Zingl muss jetzt dranbleiben. An van Aert. Das könnte geil werden, wenn wir jetzt mit dem einfach mitfahren. Ja, sieht ganz gut aus, soweit. Da haben wir Platz. Da haben wir das Hinterrad. Da haben wir Platz. Da müssen wir jetzt eigentlich mitfahren. Jawohl, Zingl fährt mit. An van Aerts Hinterrad. Wir fahren so lange mit wie möglich. Jetzt versuchen wir noch vorbeizufahren. Das klappt natürlich nicht, weil van Aert das von vorne einfach gewinnt. Und Zingl wird Sechster. Das ist völlig in Ordnung. Damit bin ich absolut einverstanden. Wo sind die anderen gelandet? Renard auf der 13. Und wo ist unser anderer? Der Dude gewesen hier. Frettin ist auf der 21 gewesen. Okay, Kevin ist auch noch dabei. Alter, die Sprint-Teilnehmer hier. Das ist ja der Wahnsinn. Also die Sprint-Elite ist hier wirklich am Start. Schon auf der vierten Etappe der Tour de France 2024 steht die erste Berg-Etappe auf dem Programm. Hier sehen wir es. Der fette Berg hier steht gleich noch bevor. Der Col du Calibier. Jeder kennt ihn. Das ist ein ganz legendärer Berg bei der Tour de France. Wir haben noch vier Leute vorne mit dabei. Vier wurden schon abgehängt. Und das Krasse ist halt wirklich, dass wir Leute haben, die um die Sprintwertung kämpfen. Die einfach hier noch mit dabei waren. Badem war vorne raus. Waren Scholt war noch mit dabei. Der hat sich hier dann 17 Punkte geholt. Wir sehen auch Philipsen auf der 4 war noch mit dabei. Bei Gross auf der 9 war noch mit dabei. Und Mats Pedersen auf der 13 war auch noch mit dabei. Das ist schon krass. Leider Axel Zingl. Dem hätte ich es auch zugetraut, hier noch mit dabei zu sein. Aber der hat eine Minus 2. Und mit einer Minus 2 bei so einer Etappe hat er halt einfach keine Chance, dann hier noch um die Punkte zu kämpfen. Also wir verlieren natürlich immer mehr mit Zingl an Boden. Irgendwann wird der Moment kommen, wo wir natürlich auch den Kampf um Grün dann aufgeben werden. Aber ich sage es mal so, noch ist der Moment auf jeden Fall nicht erreicht. So, wir fahren hier sehr weit vorne. Das kostet natürlich vor allem die Beschützer sehr viel Kraft. Das ist mir bewusst. Aber ich fahre hier lieber vorne rein, als dass ich hier dann abgehängt werde. Denn ich gehe mal davon aus, dass das nicht so selektiv ist. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Van Art hier die Etappe gewinnt. Weil der wird auf jeden Fall kämpfen, weil er das Gelbe hat. Sein Team wird für ihn fahren. Ich glaube nicht, dass hier eine Attacke durchkommt. Und in der Abfahrt ist Van Art halt auch brutal gut. Also ich glaube, dass der hier durchkommen wird. So, es blinkt jetzt hier schon teilweise. Das heißt, der Einsatz ist eigentlich zu wenig. Es sind aber auch nur noch 9 Kilometer. Also es sieht eigentlich ganz gut aus. Auch Ellison natürlich heute ein Edelhelfer mit einer Plus 3. Der wird nachher Martin auf jeden Fall auch noch beschützen können. Sieben Kilometer. Also ich glaube, wir kommen da gut mit drüber. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass hier fast alle gut mit drüber kommen. Deswegen wird es hier keine großen Unterschiede geben. Also, die Helfer fliegen jetzt raus. Das heißt, Ellison ist jetzt der letzte Mann, der noch da ist bei Mater. Der soll sich jetzt auch schön um ihn kümmern. Die anderen beiden können sich schonen. Die haben Feierabend, genauso wie die anderen, die schon abgehängt wurden. Karenzzeit wird heute kein Thema sein. So, Ellison jetzt vorne. Der soll jetzt einfach so lange wie möglich noch bei Mater bleiben. Tempo ist ein bisschen raus. Van Aert ist gerade selber gefahren. Bisschen übernommen haben sie sich schon, weil ich glaube, dass Tempos, die hier jetzt angeschlagen haben, halten sie nicht bis oben durch. Also wir auf jeden Fall nicht. Jetzt haben sie wieder ein bisschen rausgenommen. Hier hinten sehen wir schon, wie echt auch gute Fahrer so langsam Probleme haben. Wer ist da gerade rausgefahren? Gregoire komplett platt. Mohoric. Pedersen gut. Gut, das ist klar, dass der nicht mit drüber kommt. Aber ich würde fast mal vermuten, dass hier Van Aert drüber kommt. Das ist schon krass, ne? Der fährt hier ganz vorne. Er pumpt zwar, wenn jetzt jemand drüber attackiert und genau das passiert. Derek Gie greift an mit Bilbao im Hinterrad. Wir hoffen, dass noch hier ein bisschen gechillt wird, dass wir mit drüber kommen. Auch wenn Van Aert dann halt auch drüber kommt. Und dann ist Grün eigentlich schon weg, muss man ganz ehrlich sagen. Oh, jetzt geht aber eine große Gruppe und hinten fährt keiner mehr. Jetzt müssen wir mit 85 versuchen, das ist zu viel. Lass uns mit 80 versuchen. Wir haben zum Glück Klare verpflegt. Elison fliegt jetzt weg, aber Matar hält das, glaube ich, durch bis oben. Mats hat auch Probleme da vorne. Bis ganz oben halten wir es nicht durch. Hintle fährt jetzt mit. Das ist jetzt quasi die Verfolgergruppe, die ist auch nicht mehr groß. Boah, da wird jetzt alles auseinandergefetzt. Elison darf sich ausruhen. Ja, Gall hat auch Probleme. Wir schaffen es nicht ganz bis oben. Ich hoffe, dass ich in der Gruppe bleiben kann. So weit weg sind die nicht, aber es wird auf jeden Fall doch selektiv. Das habe ich nicht erwartet. Hoffentlich kann ich jetzt bei denen dranbleiben. Vielleicht können wir nochmal zu der Gruppe aufschließen. Thomas ist dabei. Pflasov, Hindley. So, da hängen wir uns jetzt Vollgas mit rein in der Abfahrt. Wir sind ja kein guter Abfahrer. Hier haben wir es. 64 Abfahrt. Also, Matar ist einer der schwächsten Abfahrer von allen GC-Fahrern, muss man ganz klar sagen. Kommt uns natürlich jetzt nicht so gut. So, wir schauen mal nach ganz vorne. Da haben wir Pogacar. Alter, Pogacar. Gut, es ist einfach realistisch. Der ist einfach hier direkt mal allen davon gefahren. Dann haben wir eine Gruppe. Vier Leute mit Wingigard, Roglic, Rodriguez und Bilbao. Alter, Bilbao. Richtig gut. Bilbao, richtig stark. Das ist auch ein guter Abfahrer. Eigentlich müsste er jetzt vorweg fahren. Danach kommt die nächste Gruppe. Da haben wir Guy, Ciccone, Ocona, Carapaz, Evenepol, Rubio. Da wäre ich gern dabei. Aber wir kommen erst hier in der Gruppe. Und da fahren die meisten gar nicht mit. Also, ich muss da fahren. Weil natürlich Thomas hat Rodriguez vorne. Die Bora-Jungs haben natürlich Roglic vorne. Ich gehe mal davon aus, Lascano hat Mass vorne. Aber ein bisschen fahren sie mit. Das ist gut. Weil ich bin so ein schlechter Abfahrer. Wir verlieren natürlich trotzdem Zeit. Man sieht schon jetzt die Unterschiede. Eineinhalb Minuten. Wir verlieren wahrscheinlich zwei Minuten am Ende. Aber macht nichts. Unser Ziel vom Sponsor ausgerufen war Top 20. Mein persönliches Ziel ist Top 10. Und ich glaube, da schlagen wir uns heute gar nicht so schlecht. Obwohl die Tagesform echt gut ist. Also, ich habe mir ein bisschen mehr erhofft. Die fahren hier fast noch nach vorne. Also, ich denke mal nicht, dass sie... Oh, da hat die haben Pogacar noch eingeholt. Bilbao gewinnt das Ding. Geil. Das freut mich. Bilbao gewinnt das Ding. Also, wir kämpfen hier um Platz 12 in dieser Gruppe. Also, wenn wir die Top 10 anstreben, müssen wir sagen, müssen wir auf jeden Fall noch zulegen. Am Ende natürlich schwächster im Sprint geworden. Lascano aber noch abgehängt. Oh, und Mass. Von wegen, Lascano hat Mass vorne. Vergiss es. Alle, die jetzt kommen, sind eh schon raus. Karenzzeit ist kein Problem. Damit ist das Ding hier erstmal erledigt. Krass. Bisschen enttäuschend, die erste Bergetappe. Trotz plus zwei hier so chancenlos gewesen. Aber das ist halt was anderes als der Chiro. Das wird eine ganz, ganz harte Nummer für uns. Aber es macht unglaublich viel Spaß. Ich hoffe, ja gut, vom grünen Trikot, hier können wir uns verabschieden von Axel Zingl übrigens. Ich hoffe, euch macht es genauso viel Spaß wie mir. Und dann schaltet ihr beim nächsten Mal einfach wieder ein, wenn es wieder heißt. Sleven Streamsport bei Natur de France. Sleven Streamsport bei Natur de France.